hallo ihr lieben hier zur grondhaus musiken heute mit dem ford focus rs hier kurz die einstellungen und damit geht es dann zur hyper sport parade oder hyper car parade besser gesagt nach trier mountain fünf runden mit anschließenden replay ich bin gespannt wie der kleine ford hier mithält und ob es überhaupt packt und 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018